Hallo, ich wollte nur mal fragen, hast du Soforthilfe bekommen? Glaubst du, meine Vorstellungen im Mai finden statt? Die Termine stehen auch auf der Homepage, aber das Theater rührt sich einfach nicht. Hoffentlich kann ich mir bis dahin den Text merken. Weißt du, wo man den Antrag auf Soforthilfe überhaupt bekommt? Geil, Corona, keine Proben mehr! Wann probe ich eigentlich endlich wieder? Glaubst du, meine Vorstellungen im Juni finden statt? Ich wiederhole mal den Text. Sicher ist sicher. Ich könnte ja endlich meine Website updaten. Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Danke. Danke. Du, ich glaube, ich mache meine Workshops jetzt über Zoom. Hey, super. Endlich mal Zeit zum Lesen. Hey, geil. Die Infoübung funktioniert auch voll über Internet. Ich bin nicht systemrelevant. Wurde die Spielzeit bei euch auch abgesagt? Ich glaube, ich nutze die Zeit und starte einfach mein eigenes Projekt. Ja, irgendwas total Kreatives oder so. Spargel. Wäre das was für mich?